Sie sagte, ich hörte vom Gesandten, dass er sagte, kein Muslim wird mit einem Schicksalsschlag, mit einem Unglück geprüft. So sagt er, was Allah ihm befohlen hat, zu Allah gehören wir und zu Allah kehren wir zurück. Und dann sagt er das Bittgebet, oh Allah, belohne mich für meinen Schicksalsschlag und ersetze es mir durch Besseres. Außer, dass Allah es ihm durch Besseres ersetzen wird. Subhanallah. Jetzt bin ich gespannt, was ist um Salama Besseres passiert. Hört, was sie sagte. Als mein Mann Abu Salama, sagt sie, gestorben ist, so sagte ich mir, welcher Muslim soll besser sein als mein Mann. Er war der Erste, der ausgewandert ist zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. So sagte sie, dann habe ich das gesagt, dann habe ich das Bittgebet gesagt. Oh Allah, belohne mich für meinen Schicksalsschlag und ersetze es mir durch Besseres. Dann hat Allah mir den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, zum Mann gegeben. Besser als Abu Salama bei Allah nicht nur hundert oder tausend Mal. Besser als nur Allah weiß Bescheid.